Genau da. Und da musst du mit dem Hammer noch draufhauen, ne? Wir kunden gerade bei der Oma eine alte Spielzeugkiste mit Sachen, mit denen meine Cousins und ich auch schon gespielt haben. Sehr witzig. Mit dem Hammer kannst du das reinschlagen, Schatz. Das ist so eine kleine Holzwerkbank mit so Schrauben zum Schrauben und so Nägeln, die man reinhauen kann. Genau da kann der rein, ne? Und jetzt hast du vorhin immer ganz toll mit dem Hammer reingehauen. Aber ich glaube, jetzt möchten wir lieber was stecken. Ja, also hier wird gerade fleißig gespielt. Da hinten ist auch noch ganz viel. Aber das ist dein Spielzeug tatsächlich. Süße Maus. Bist du fleißig? Arbeit. Jo, du sitzt am Arbeiten. Ach so. Oh, die Mama stört wieder. Zeig mal, wie toll du das machst. Genau. Bam, 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 bam. Rein da. Sehr gut. Danke. Vielen Dank. Der Herzeschön hat euch jetzt noch Instead. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.